Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Star Wars Battlefront mit dem Bram, dem Christian, dem Jay und mir, dem Peter Bram. Hallo Peter. Wo siehst du? Bram Fissbop! Ja, alles klar. Jetzt können wir anfangen. Jetzt können wir anfangen. Ihr seht bei mir... Bram, hast du eigentlich einen First Person gespielt oder einen Third Person? Ne, ich habe einen First Person gespielt. Ich bin ganz ehrlich, das ist schon eher ein First Person. Ich weiß, dass das viele anders sehen. Ich sehe das ehrlich gesagt genauso, aber bei Third Person siehst du einfach mehr. Das stimmt, aber ich sage, dass ich lieber in der anderen Spiel... Peter, 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 Peter. Alter. Alles klar. Fissbop! Wir werden schossen. Aua. Oh, geil. Zuerst bei Perium jetzt auch mit der Mucke. Stimmt. Wenn ihr Third Person macht und FOV auf 90 stellt, dann habt ihr aber echt die übelste Übersicht. Leck mir am Arsch. Ich weiß nur nicht, ob die bei Endor... Wir spielen nämlich Supremacy, beziehungsweise wie heißt das auf Deutsch? Keine Ahnung, Peter. Feuer schafft. Feuer schafft. Alles klar. Nice one. Oh nein! Ah! Was sind die denn alle? Aber wir verlieren gerade. Deckt mich! Oh Gott, da vorne ist noch einer! Alles klar. Wir haben den scheiß Rebellen erstmal gefickt, ey. So sieht das aus. Ab zum Punkt, Junge. Vorsicht, wir verlieren mal einfach noch. Ich werde schon mal Granaten vor. Wuh! Was soll man denn? Wie weit ihr die Granaten aufwerfen? Ich werde jetzt mal angemacht vorhanden und nicht mehr so schreien, deswegen werde ich nicht mehr schreien. Da ist ein HeroPick an. Da kommt eine Granate, Bram! Ich werd jetzt mal zum Helden machen. Alles gut. Den krieg ich denn. Helden Sammelobjekt. Ich nehm ein! Ich bin Darth Vader, Junge! Leute, aber spiel mit ihm jetzt! Mach sie alle platt! Ich finde das nicht gut, dass du meinem Partner was geklaut hast, Bram. Ich finde das vor allen Dingen gut, wenn du mit Darth Vader den Capture-Punkt sichern würdest. Ja, das würde ich auch ganz geil finden, denn ich bin hier voll... Wir sind so... Wir können hier nicht mehr übernehmen. Fuck, wir sind voll hart gefistet worden. Wird beschossen. Mach sie platt, du bist fucking Darth Vader, Digga! Du wirst doch automatisch nicht schießen. Oh Gott, da ist ja noch ein Gegner. Nee, Bram nicht. Bram schafft dann als Darth Vader nicht. Ach so gut. Nee, du wirst dich automatisch nicht, du musst Rechtsklick halten. Ich geh mal eben an das Geschütz ran und mach... Alles klar, kannst du Fiskbappen, Bram. Hier ist dein Darth Vader. LOL, Alter, Luke hat mich gemacht! Kann ich sogar wirklich? Alter, Luke ist... Was ist denn die Hand abgeschnitten, Digga? Freunde! LOL! Geil, ich hab hier so ein Fahrzeug... Dieses Fahrzeug... Wie heißen die Dinger? Dieses Speeder? Ja! Woah! Alter, wie fahr ich denn hier? Du musst aufpassen, wenn du damit gegen Baum fährst, ist es wirklich Ende. Ja, so fühle ich mich auch gerade. Warum fahr ich hier lang? Ho, ho! Oh! Ich bin gegen den Baum gefahren. Wie könnte ich hier raus? Alles klar. Alles klar, wir haben gecaptured. Weiter geht's. Oh, da hinten seh ich einen ATS-Tick. Ich will mal einen ATS-Tick steuern. Scheiße, Mann. Ich kann hier vermutlich nicht einfach runterspringen, wa? Alter, das war nicht ne gute Idee mit diesem Motorrad-Dinger zu fahren. Das ist doch ein ATS-Tick hier. Ich kämpfe gerade noch gegen den Rebellen. Der Obi-Wan heißt. Alles klar, Bram, Alter! So trifft man sich wieder, Junge! Jawoll, es geht aufwärts. Da ist der ATS-T. Alles klar. Da-da-da-da! Oh, da sind aber Gegner auch. Alles klar, erstmal einen weggemacht. Easy game. Alles egal. Mein ATS-T! Nein, ich bin gestorben! Du darfst vorher da renn einfach durch. Scheiße. Hab ich den jetzt noch? Jawoll, ich erhober. Alles klar, Bram, ich bin bei dir. Wir machen das jetzt hier. Die kommen jetzt aber von da irgendwo. Na, komm da. Scheiße, der hat mich gemacht, Bram! Ja, na. Dunkle Macht hat gefickt. Die dunkle Macht hat gefickt. Erobert und Verlust. Okay, gebt Gas mit dem Erobern, dann läuft er. Ja, wir sind hier zu dritt beim Erobern. Er ist nice. Das ist gut. Verteidigen läuft. Ah, das läuft. Ist ja gerade einer uns vorbeigefahren. Immer verteidigen. Oh, das wird eng. Kommt! Schafft ihr! Komm, komm mal zurück wieder hier rein! In die Zone! Bin da. Hab verteidigt. Wir haben's geholt, wir haben's geholt, alles klar. Ja, jetzt hab ich wieder so'n geilen Strike wieder. Nein! Ich bin tot! Nein, mein Bro ist tot! Davon ist ein ATSD. Nein, der ATSD ist weg. Wo ist mein Bro? Alles klar. Rabbein! Alter, das ist so krank! Easy, easy. Alter, wie die Sch*** hier durch die Gegend knallt. Leute, ich bin mit dem Fahrzeug bis in die Base von denen gefahren. Ich nehm gerade einen. Nice, Wollt! Ich cosplaye gerade wirklich ein Sturm-Truppler. Ich bin mega probierter. Äh, in dem ich nicht treffe. Mai absichtlich. Ja, ja. Hab ich auch gemacht. Nice, äh, nice, nice, äh, Freund. Äh! Freund! 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 Freund, Chris, komm zu mir! Christian! Ich freund und tritt ein. Da sind wir Gegner. Oh, ich bin tot! Skywalker ist in der Nähe. Ich hab's gerade durchgesagt bekommen. Du warst ja auch nicht in der Nähe. Der Skywalker kann nix, ehrlich. Ich war sein Vater und hab ihn gefickt. Ich komm zu dir, Jay! Ich steh hinter dir. Mann, jetzt bin ich nicht mehr in der O-Bahn. Scheiße. Okay. Wir sind hier! LOL! Der hat mich rumgefahren! Mit nem Speeder-Bike! What the fuck! Ach, Speeder-Bike heißt das? Ich hab keine Ahnung, wie das Ding heißt. Scheiße, ich kann bei Bram nicht spawnen. Da bist du. Genau, gerade gestorben. Da ist Luke Skywalker. Oh, oh. Oh, ist der in ATSD. Johnny, du sollst da aus dem Fluss weg. Ja! Oh! Oh, ich bin schon wieder gestorben. Unbedingt zu steuerlich. Das war jetzt der fünfte Tod durch ein Thermal-Di-Tomato. Guck mal an. Wie Swap. Achso. Oh, Luke ist, Luke ist am... Nein, jetzt hat er mir jemand weggenommen! Luke ist im Verteidigungspunkt. Gott, das hab ich grade schon gesagt, Jay. Oh, sorry. Ich bin tot. Ja, du schreist nicht mehr. Ja, dann soll ich ja nicht mehr. Doch, ich hab dich nicht so laut gestellt. Achso. Da ist er. Ich versteh dich fast gar nicht mehr. Ich hab dich vern... Oh Gott, Luke hat mich hart weggeknallt. Hast dich doch nicht fissen. Hart weggeknallt. Jetzt. Wo ist mein Bro? Hier, Bro. Oh Gott! Nice. Wo ist mein Bro? Pflanz! Alter! Pflanz! 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 ich habe gemacht oder was war das? Ich hab die hinter der Rakete! Ja genau! Nein! Ich hab irgendwie... Ich hab auch die Smart Rocket! Eigentlich hab ich tatsächlich nicht auf dem Fels gezielt, aber scheinbar ist die Hitbox von dem Fels größer als die Textur. Das war natürlich ärgerlich. Die Hitbox von dem Fels, die war... Ja, was soll ich sagen, wenn man den Tummel nichts macht, und ich nehme mal einen. Ich komme auch mit. Gibt's hier irgendwas, was wir einnehmen? I'm coming! I'm coming! Der nächste Speaker wieder am Start! Das sagt der Richtige! So, was ist das hier? In drüben komm mal hier hin! Wer ist das da? Bram! Ja, das hat sogar noch beschädigt. Oh leil, das heißt, da kommt ein ATS oder was? Ja, da läuft ein ATS durch die Gegend, genau! Ja, lass mal schnell einnehmen hier! Bram, Fistbump! Fistbump! Hintergrund hinten! Nein! Christian, überlebe das! Ich komme! Watter Start! Hier ist einer! Hier ist einer! Hier ist einer irgendwo! Ich guck rechts! Ich werd von hinten geschossen! Ich hab ne Granate hingeworfen! Der wird gleich sterben! Erobern! Jawoll! Wir haben's gemacht! Geil! So, letzter Punkt! Wir brauchen keine Fistbump um zu rocken! Alter, letzter Punkt! Schon wie wir rocken! Hier ist ein Gegner, Bram! Alles klar! In den Rücken schießen! Das ist fair! Ich hab auch ne Intelligenz-Rakete! Und wenn ich... BAM! BAM! Ich hab die ganzen Leute das Ding mal benutzen! Da vorne ist ein X-Wing! Da vorne ist ein Heldensymbol! Wart ist denn ein Heldensymbol eigentlich? Wart ist denn ein Heldensymbol eigentlich? Wart ist denn ein Heldensymbol eigentlich? Ein Heldensymbol heißt, du wüsste Luke Skywalker! Nein, du Hurenkind! Das war ein Solo! Das war kein Heldensymbol! Das war kein Heldensymbol! Das war kein Heldensymbol! Das war ein X-Wing! Das war ein X-Wing! Warte! Ah! Lava! Bleib, warte! Bleib mit der Lava stehen! Unser Fissball ist oder auch ne Lava Fissball? Ja Jay, ich blöde nochmal! Hinter der Ecke ist einer! Ah, T47 ist wieder! Nicht nur einer! Nicht nur einer! Ich rock jetzt von oben auf! Äh, ne! Ich räum jetzt von oben auf! Ich rock du mal von oben rauf! Kannst du damit die... Ziemlichste... Okay, da bist du so... Evasive... So gut im... Okay, ich hab noch ein HP! Läuft bei dir! Ich konnte nicht bei dir spawnen, deswegen ähm... Oh! Oh, AT-ST! AT-ST, wo ist der? Ich mach... Oh ne, da ist ein Gegner! Wie kann ich denn schießen? Mit Linksklick! 1, 2, 3! Ne, mit der Ionen... Mit 3... Mit 3... Mit 3... Mit 3 schießt du Raketen und mit der... Achso, mit der Ionenkanone? Ne, Ionengranate! Ich weiß nicht! Die sind Zäpfchen! Was man direkt am Anfang freischallt mit Level 4! Boah, Junge! 40 Damage gemacht auf den Scheißwechse! Achso, da musst du ja erst locken! Alter! Ohne Spaß! Fliegen ist mit Maus und Tastatur... Das haben die aber auch umgestellt! Das fand ich in der Beta irgendwie einfacher! Ohne Spaß! Dann haben die definitiv umgestellt! Kann ich auf mich schießen? Oh! Oh, warte! Hier ist die da um nochmal! Nice! Nice! Das ist fresh! Ja! Down! Oh die Shit, Alter! Ich treff hier nix! Und niemanden! So, komm, lass uns mal den letzten Punkt geholen! Ich bin bei dir! Ich bin direkt hinter dir, Chris! Wamm auf! Oh, oh! Boba Fett! Boba Fett! Boba Fett! Boba Fett alle... Oh! Oh! Das ist aber mehr als Boba Fett! Alter! Boba Fett und seine fünf Idioten, ey! Na ja! Alles klar, guck mal hier! Zulu-Commando ist wieder am Start! Gott! Brammen! Jay! Rosator! Der Flieger, den ich hab, der ist Bullshit! Ey, ich bin... Loil, ich bin wirklich... Oh! Der ist echt scheinbar hier geflogen! Oh! Ey Johnny, brenn dich Lava! Was ist denn denn? Loil! Jetzt stehen wir sogar zeigen neben mir und hab mich gewixt, ey! So! Hattie! Mir hat dir keinen Schaden, ey! Dann bin ich aber gut gelaufen! Ich schieß einfach mal ein bisschen nach unten, genau! Ich mach nicht zwangsläufig Schaden! Du schießt in der grüne Turm hin! Ist der Junge dumm? Wie heißt der da? Piton oder wie der heißt! Der ist voll stark gegen Infanterie und all so'n Kram! Damit machst du mit einem Schuss den Soldaten weg! Schieß doch die auf die Flugzeuge damit, du Idiot! T740S wieder stinkt hart nach Magie! Kein Geil! T740S wieder! Kein Kill damit gemacht! Wir losen den Punkt, Freunde! Ne! Doch! Da hinten ist er! Der ist da, wo wir auch gestanden haben, Jay! Das ist Boba! Oh Gott, das ist jetzt aber ganz doof! Oh, Alter! Das verlieren wir! Da kommt ne ATS-T auch noch von vorne rein! Ja, aber ich hab ein Iron-Ding! Naja, zurückziehen! Scheiße! Frischt das, Bitch! Hahaha! Wie schade das macht! Hahaha! Aua, aua, aua! Warte, jetzt hier ist doch... Kann man hier lang gehen? Und Spaß! Diese Ionen-Raketenwerfer, der macht... Peter! 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 Der macht Futschaden! Bro, Junge! Ja! Da ist... Da ist direkt hier... Äh, Boba! Na, dann machst du ja nix! Scham von dem Herrn! Oh, lol! Hallo, Boba! Boom, Junge! Ich hab Boba getötet! Alles klar! Eis-Tier! Ich bin jetzt aber erobern! Ich bin fünf fest defeated Boba fett, Junge! Ja, so macht man dat! So macht man dat! Christian ist hier in dem fetten Turm! Das ist auch geil! Ja, ich hab mich hier mal reingesucht! Nice! Lass das wieder zurückerobern, den Shit! Muss man ein bisschen mehr im Rennen schießen! Ein bisschen mehr im Rennen schießen! Ja! Um dich zu ärgern! Nice! Haben wir erobert! Ne, haben wir noch nicht! Aber jetzt sofort! Jetzt haben wir's! Nice! Und hier direkt weiter durch den Bunker! Man kann hier durch den Bunker laufen! Das ist geil! Ja! Ich bin hinter euch, Freunde! Der ist einfach mein Führer! Okay! Ich bin aber Deutscher und kein Österreicher! Ich bin aber Deutscher und kein Österreicher! Zwar 155 Meter ist aber echt ein Stück zu laufen, ey! Leck mich am Arsch! Da muss man hier einfach sneaky ganz links! Oh Gott! Alter! Wie voll auf die Fresse gekriegt! Da ist ein AT-ST übrigens! Bram, lebst du noch? Ja! Vielleicht kann ich hier sofort joinen! Alles klar kann ich! Bäm, Junge! Fist-Bamm! Oh ne! Aua! Der AT-ST hat mich bekannt! Alle von unten! Sieg von Lava! Das war jetzt Playbook! Wir haben das Wichtigste gemacht! Bäm, gebammt! Der Fiste! Ja! Bram! Achso! Ja! So geht das immer nicht! Oh Leute! Ich hab mich verdrückt! Vor allem stelle ich wieder... Oh, okay, schaff! Hui! Alles gut! Alles gut! Alles gut! Also Turm ist ganz in Ordnung! Also so 24 Kills habe ich jetzt! Haha, das ist doch noch! Bist der Turm mal wieder verstört! Was ist das denn? Also wenn du mal als Stormtrooper spielst, diese Türme, die diese grünen Schüsse absetzen, die musst du sofort weg machen, die sind total heftig! Ich kann ein Held werden! Natürlich werde ich... Ja, welcher denn? Ich bin halt Solo! Hör mal alles weg! Easy! Was kann ich denn? Ich kann so nach vorne bashen? Irgendwas mit zwei drücken? Ich kann verschiedene Sachen drücken! Ich steck einfach mal zwei! Irgendwie müssen wir hier weggehen! Ja, Mann! Ich hab ein... Wie heißt denn die Flieger? Sturmfighter! Wie heißt die denn? Vom Dingens! Von den Bösen? Nee! Achso, von den... Hä? Kann man die auch stellen? Ja, nee! Achso, nein, ich hab kaputt gemacht! Achso! Das war jetzt ein Fehler! Oh, Fehler wurden begangen! Kann ich eigentlich irgendwie aussteigen? Haha! Kann ich! Ehe gesammelt halten! Oh, da ist der Granate! Ich wollte nicht mehr weiterspielen! Alter, was ist das denn? Was ist denn drei von dem Ding? Was war denn hier? Ja! Ein Truppschild! Nice! Mach nach vorne! Geiße! Fuck! Ich wurde getötet! Ich war schon fast bei denen am Punkt! Christian, ich bin hinter dir! Alter! Ich guck gerade auf... Da kommt wieder ein ATSC! Ach, Mann! Geh da nicht raus, Jay! Nicht raus! Bam, Junge! Nicht wegen dem ATSC, sondern weil du da auch direkt auf 6 Leute fuchst oder so! Oh, was habe ich da gemacht? Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Wo ist einer Punkt wird contestet? Wo ist denn wer? Da hinter! Johnny, da rennt einer hinter den Pusten rum! Huch! Einer! Ja, einer! Könnten 4 sein! Da Felder kommt! Um mich zu ficken! Du geile Sau! Ja, überlebst Du ne? Ja, auf jeden Fall. Weil die Rieschen hat überlebt. Einer ist da fast... Ich bin voll in den Eindruck. Der will losen gerade. Da sind sieben Leute bei unserem Punkt. Ach du Scheiße, stimmt. Du hast vollkommen recht. Wir haben ja verloren. Fissbar! Ich liebe es immer wieder. Ich auch, es ist so geil. Alter, die Nades sind der Shit. Ich habe nur sieben Leben. Ich sollte da jetzt vielleicht nicht reinlaufen. Oh, Shit. Ja, einfach rein, rein. Ja genau, komm schießen um die Ecke, du Bitch. Deadpool-Pool. Okay, dann haben wir es gut. Ja genau, den Turm meine ich, Johnny. Also, der hat auch so einen kleinen Explosionsradius. Bram, Bram. Ja, ja, ja. Fissbar, Junge. Alles klar. Sneaky Fiss. Sneaky Fiss? Alles klar. Alter, die haben den Turm übernommen, den du verhindertest, Chris. Nee, das ist Johnny drin. Ich sitze da drin. So, hinter dir. Johnny, drehe dich mal um 180 Grad um. Die laufen gerade alle an dir vorbei. What the fuck ist denn da gerade los? Johnny, drehe dich mal um 180 Grad. Alter, ich kann mich nicht so schnell drehen. Wo ist der denn? Hinter dir irgendwo. Den musst du wegmachen. Den kann ich nicht sehen. Ich sehe den nicht. Sorry. Wir übernehmen gerade wieder. Nice. Das ist gut. Alter, wie viele Gegner da sind. Ich kann durch. Alter, ich kann hier durchschießen. Einer ist zurückerobert. Scheiße. Boah, fast. Also, es sind schon so viele Leute hinten. Wie viele denn alle? Oh, lol. Ey, Bram. Müssen Sie mal. Digga. Voll getroffen. Nice. Da ist ein X-Wing, ich fände dazu. Wow. Diesmal mache ich das von Himmel aus. Ey, wir werden hier gerade eher gefickt, ne? Wieder. Ist gerade von Himmel. Alter, der Dingens räumt gerade auch übelst auf. Der, äh, Raider. Scheiße. War das? Der Raider ist ja eh so ein bisschen der stärkste Held. Ja, da habe ich... Vielleicht hätte ich nicht an Solo nehmen sollen. Peter, Peter. Ah, ja. Jetzt mal Vader genommen. Könntest du das mal auswählen? Ich konnte zwischen drei wählen, ja. Ach so, ich dachte, du... Dir wird dir einer zugesiehen. Na, kam mir nicht so vor. Ne, das ist jetzt aber echt eine unsnützige Situation. Jetzt verlieren wir gerade einen nach dem anderen. Weißt du, warum mit der Fliege reicht schon, dass du mit den F-Tasten auch Manöver machen kannst, ne? Ja, mit F1, 2, 3, ja, Alter. Wir waren so gut. Was ist denn jetzt passiert, Alter? Ja, steht auch gerade auch nicht. Wir müssen aber nochmal bumpen. Jetzt, jetzt, jetzt kommt die Power. Boom! Wir haben gleichzeitig Boom gesagt. Wie geil ist das denn? Jetzt sind wir hier wieder an der Stelle. Ich erinnere mich dann noch an die erste Folge. Da war das genauso. Nur, dass wir jetzt den Punkt hier auch haben. Jawoll! Alter, das kann nicht wahr sein. Da sitzt wieder, glaube ich, einer wieder in dem Turm oder so eine Scheiße. Ja. Er hat's? Er hat's? Er hat's nicht wieder in der Türme. Oder da stehen? Bam! Schaden dieser grüne Turm einfach nur macht. Der Shit. Was ist das denn hier? Blaster kennen? Alles gut. Das blöde ist aber auch, dass man diese Türme nicht markieren kann. Thresher Ficker. Nein, 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 nein. Das kann nicht wahr sein. Die überrennt mich gerade. Er hat sich in meinen Turm gesetzt. Äh, in den anderen Turm. Nein, wir haben verloren. Wir haben verloren. Wow. War nicht meine beste Runde? Nein, Christian und ich waren sogar die Besten. Okay, weil wir beide in den Türmen saßen vielleicht. Ah, höchster Einsatzzielpunktzahl, ja. Ja, Janice, äh, Janice. Janice, Janice, auf jeden Fall. Das kann ich besser. Ja, Peter, was soll das denn? Was hast du denn da jetzt gemacht? Playmobil. Ich weiß nicht, ich habe zu lange, glaube ich, mit diesem komischen Sieger. Ich finde ihn ziemlich geil, aber ich finde Endor noch ein Stück geiler. Ich finde auch Hot besser. Also die finde ich, glaube ich, am schlechtesten. Jetzt kommt Hot. Egal. Danke vielmals fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Habt ihr das Problem. Tschüss. Tschüss.